Ah ne, wisst ihr wo, wisst ihr wo ich hin muss? Ich zeichne jetzt euch. Wir müssen mal zu dem Avengers Raum, weil wir haben so viele neue Sachen bekommen. Dann müssen wir doch erstmal wieder was machen jetzt. So, hier hat doch irgendeiner eine Aufgabe vor uns, aber ich glaube der Avengers Raum, wo war der? War der hier oben oder war der unten? Hier ist er doch schon, zack. Die Shield-Kooperatione. Okay, da geht es nicht durch. Aber hier sind wir und hier haben wir nochmal einige ordentliche Sachen bekommen. Obwohl, ne, bin ich doch falsch oder nicht? Gibt es keinen Avengers Raum? Jetzt mal ernsthaft, nicht Shield, sondern Avengers. Gibt es hier einen Avengers Raum? Ja oder nein? Nein, Guardians of the Galaxy, Nightmare Before Christmas, Hulk, Phoenix and Ferb, Schöne und das Biest, Cinderella, da ist noch offen. Captain America, da ist noch offen. Maleficent, The Shield. Disney, sieben Zwerge, offen und das war's. Es gibt noch keinen The Avengers Raum mit allen zusammen. Holen wir nach, bauen wir jetzt als nächstes. Große Sache wird gebaut, Freunde, große Sache, wo alles reinkommt. Alles reinkommt, was wir haben. Alles. Ich frage mich gerade nur, wo. Ich glaube, hier vorne. Ich glaube, das wird jetzt hier unser Raum, definitiv. So, wo sind wir? Wir sind da, da müssten wir eigentlich nur geradeaus. Da sind wir. Jo, da sind wir. Gut. Ja, fangen wir an, oder? Würde ich sagen. Klar. Zack. Avengers. So, Spider-Man gehört nicht zu den Avengers. Einfach mal nochmal schnell zu mir gesagt. So, es gibt bestimmt kein Avengers-Sachen hier. Ja, machen wir das so, Freunde. Ja, geht ja nicht anders. Müssen wir halt so machen. Iron Man-Kronleuchte, die finde ich ja schon episch. Muss man ja ganz oft und ehrlich mal so sagen, wie es ist. Die sind wirklich schon geil. Boden. Nein, 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 nein. Kein Spider-Man-Boden. Definitiv nicht. Schade, dass hier nicht irgendwie was aussieht wie... wie so Straße. Okay. So. Was haben wir alles? So, wir haben Bilder. Das heißt, ein langer Raum, ein langer... Okay, das kann nur der eine werden. Nämlich der hier vorne, der hier. Okay. Dann machen wir jetzt die Avengers rein, ne? Captain America. Iron Man. Thor. Hulk. Und Black Widow. Naja, passt ja fast. Nicht ganz, aber fast. Okay, kriegen wir nicht ganz nah dran. Müssen wir halt so lassen. Okay, ja, gut. Lassen wir das halt so. Ist ja nicht schlimm. Na, ist ja nicht so schlimm. Gut, so, jetzt haben wir das. So, dann brauchen wir natürlich das Avengers-Logo. Oh, das ist ja ganz klar. Das müssen wir definitiv dabei machen. Ja, natürlich passt das da jetzt nicht hin. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dann machen wir 3 und 3. Ja, ist ja gut. Höher einfach nur. Zack. Dann du auch ein Stück höher. Und dann kommt das da drunter. Nämlich so. Dann Thor. Thor. Dann kommt Black Widow. Und dann kommt da drunter noch unser guter Hulk. Nämlich so. Und dann machen wir das Avengers-Logo in der Mitte. Genau so. Yes. Zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Avengers-Tower-Bildschirm. Gut, den können wir an der Decke hängen. Einmal so. Dann müssen wir weitermachen. So, dann können wir auf der, auf einer anderen Seite, können wir eine ganze Sache mit deren, ähm, Utensilien machen. Eine Shield, eine Shield, die habe ich gar nicht aufgehangen. Ne. Die Uhr habe ich gar nicht bei Captain America aufgehangen. Muss ich definitiv gleich mal nachholen. Damit das ordentlich so bleibt. So, jetzt gucken wir, jetzt nehmen wir erstmal die Couch-Sachen. So. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir drei Couch. Hulk, Captain America, Iron Man. Iron Man. Eins. Hulk-Couch. Zwei. Captain America-Couch, wo? Captain America-Couch, bitte. Ach ja, da ist ja dies komische mit den Sandsäcken. Hier. Genau. Okay, das passt. Müssen wir das einmal ändern hier. Dann kommt nämlich das in die Mitte. Auf so. Und dann das so noch daneben. Auf so. Also meines Erachtens, wenn ich mich recht erinnere, war nicht mehr gewesen als diese drei Couchdinger. Ein Tisch. Gibt es auch einen Iron Man Tisch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass es einen Hulk Tisch gibt, den kaputten nehme ich. Zack. So, ein Iron Man Tisch. Ich mag es ja zu bezweifeln. Das ist noch nicht mehr. Okay. Das ist noch nicht mehr. Ja, ne. Ich glaube eher nicht. Nö. Gib es nicht. Ist ja nicht schlimm. Absolut nicht schlimm, muss ich dazu sagen. Machen wir ganz einfach. Helicarrier-Tisch. Schuh-Wahre. Genau, Jeza. Genauso. Teppich geht runter. Hulk. Iron-Man-Teppich. Und den Captain America-Teppich. Captain America-Teppich. Warum ist der Captain America-Teppich nicht neben dem Tisch? Das frage ich mich doch mal jetzt. Jetzt kann ich den nämlich wieder suchen. Und ich stehe nicht so auf suchen. Das muss man mal dazu gesagt haben. Da ist er. Zack. Einmal gucken. Ja, geht klar, oder? Ich würde sagen, geht definitiv klar. Auf jeden Fall. Sehr schön. So. Dann habe ich gerade gesehen, die Iron-Man-Raumanzüge. Die müssen wir natürlich auch mit hinstellen. Gehört der Sturmbrecher nach Thor? Ist der das? Nee. Quatsch. Aber das hier, Super-Soldaten-Serum, das gehört ja zu Captain America. Okay. Geht definitiv klar, muss ich sagen. Ja. Okay. Passt auch. So. Dann haben wir hier... Eine Lampe haben wir hier, nur eine Halk-Lampe. Okay. Haben wir, ne? So. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt gehen wir mal direkt weiter. Also jetzt haben wir hier nämlich zum Beispiel ein Schild von Captain America. Zack. Ghost Rider Kamin. Kamin. Lange lieber Schild. Logo. Akku-Jektor. Nee. Nö. So war brauchen wir auch nicht. Iron-Man-Fenster. Können wir das nicht? Warum geht das denn nicht in die Mitte? Das verstehe ich jetzt, ja. Du natürlich mal wieder nicht. Boah, sieht das doof aus, ey. Oh, Hulk-Schaden. Zack. So, das kann es doch hier noch nicht gewesen sein. Ich muss doch hier noch viel mehr Sachen haben. Hier haben wir noch ein Captain America-Poster. Zack. Okay, hier war gar nichts mehr. Jetzt gucke ich nochmal schnell nach, weil wenn das wirklich alles war, dann ist er natürlich sehr, sehr wenig. Okay. Marvel-Dekoration. So, jetzt haben wir hier wirklich nur Spider-Man-Sachen. Genau. Und das gehört, da passt er ja einfach nicht zu. Iron Man-Kronenleuchter. Akku-Jektor-Dekoration gehört auch noch dazu. Okay. So, hier haben wir die Hulk-Sachen. Hier haben wir nochmal Avengers-Sachen und Helicarrier, aber... Das ist ja auch alles nicht das, was ich brauche. Tja. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr wenig. Muss man jetzt mal ganz offen und ehrlich so sagen, wie es ist. Oh, das kann man aber nicht ändern. Ne, da können wir besser nochmal den Box-Sack da reinmachen vom Captain America. Machen wir jetzt auch. Noch hier rein und dann ist der Raum so weit eigentlich auch schon gefüllt. Box-Sack, wo bist du bitte? Bitte kommen, 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 bitte, 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 die Bodendekoration. Da! Mhm, 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 mhm. Zack. Okay, ja. Sieht natürlich nicht nach sehr viel aus, aber ändern kann ich jetzt ja sowieso nicht. Deswegen ist es eigentlich auch egal. Ja, eigentlich schon. Den Raum finde ich cool. Ja, finde ich ganz auch schon ehrlich. Den Raum gefällt mir mit am meisten. So, jetzt gucken wir noch einmal schnell hier, Freunde. Mhm, 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 mhm. Mhm. Okay, hier müssen wir noch verbinden mit dem da vorne. Ja, das müssen wir noch machen. Hier ist unsere Shield-Basis, die natürlich auch noch nicht sehr viel ist. Und dann müssen wir da auch noch mal gucken. Ja. Okay, ich denke mal, Freunde, das kriegen wir definitiv auf jeden Fall später, im späteren Zeitraum nochmal hin. Und, ähm, ja, Freunde, ne, ich mache jetzt mal eine Pause mit der Aufnahme und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte für die drei Videos einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und Zuhören und alles andere auch. Ich wünsche euch, Freunde, danke, haut da rein und tschüss.